Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tortschall 2. Wir sind immer noch in dieser Kruft und ich würde sagen, gar nicht lange Fackeln. Weiter geht's, ne? Ja, jetzt geht hier erstmal ordentlich was auf die Backen. Was hast du für einen geilen Schlagring, das hier so schön grün leuchtet? Mit meinem Schlagring, meinst du? Ja. Da ist ein, in dem, in dem, der grün leuchtet, ist ein Edelstein drin, der Giftschaden drauf macht und der andere hat einen Stein, der Feuerschaden verpasst. Deswegen leuchtet der rot. Ich meine, leuchtende Waffen ist ja sowieso für jeden Action-RPG-Spieler oder Hektislay-Spieler immer das Größte, was es gibt. Hauptsache es leuchtet, es ist bunt und sieht möglichst mächtig aus. In manchen Spielen bezahlt man dafür Geld. Das ist richtig. Ich kann mich doch an meine WoW-Zeit erinnern, wo man entweder richtig viel Zeit investiert hat, zwar WoW Classic-Zeit oder auch extrem viel Gold investiert hat, um irgendwelche Verzauberung auf die Waffen zu bekommen. Wo es gar nicht darum ging, was die Verzauberung macht, sondern worum es ging, eher gegen, wie das hinterher aussieht. Oh. Ich habe gerade einen Lokalisierungsfehler gefunden, glaube ich. Also, ja. Erst einen, ich habe schon einige gefunden. Das, das sah gerade aus wie Identity-Stroll. Ja, aber ich würde sagen, bis jetzt läuft es doch ganz gut, ne? Ey. Ich werde mich an einer. Ja. Ich habe gerade einen Ring mit sie gefunden. Wo ist das? Hier. Konzentrationsfördernd. Waaah. Also, ich muss sagen, bis jetzt bin ich von dem Spiel echt positiv angetan. Also, gefällt mir auf jeden Fall schon deutlich besser als Torstein 1. Ich kann nicht mal sagen, woran es liegt, sondern einfach, dass es so ist. Ich habe eine Felsspalterkeule. Und seltenen Streitkolben. Mhm. Ja, davon habe ich auch schon welche gefunden. Also, seltene Streitkolben. Bist du eigentlich? Ja, ich bin hier mitten in der Gegnerhorde drin gewesen. Hast du auch was durchkommen lassen? Entschuldigung. Ich gelobe besser. Du heute einfach so ein bisschen was zu arbeiten hast. Und eine Schwungklinge des Blitzes. So eine Vulverinklinge, willst du? Mhm. Oh Gott, was habe ich hier als gefunden? Ich habe hier... Warte mal ganz kurz. Ich habe hier aber auch ein paar Sachen, die vielleicht auch für dich interessant sind. Was habe ich denn hier? Ich habe hier ein paar Items zu vergeben. Eventuell. Äh, da, 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 da. Einfach mal um die Optik. Oh Gott, nee, wie sieht die Kacke aus. So. Ähm, ich habe hier eine, ähm, Kanone. Ach du mal. Ohpala. Eine Kanone? Ja, oder was auch immer das ist. Irgendeine Schusswaffe halt. Da gebe ich mal rein, was dich vielleicht interessieren könnte. Ja, alles was dich interessieren könnte. Ich gebe dir einfach, was dich interessieren könnte, weil ich damit eh nichts anfangen kann. Genau. Ich kriege Fernkampf, du kriegst einen AK. Ich hätte hier ein, ähm, bei Interesse ein Handschuh mit zwei Sockeln. Und eine Hose mit zwei Sockeln. Kannst du ja mal gucken, ob du das gebrauchen kannst. Warte mal, ähm. Nimm es einfach. Ne, die, die Handschuhe kannst du, die Handschuhe behalte ich jetzt meine. Die Hose, die habe ich noch okay, die nehme ich auf jeden Fall. Okay. So. So. Man kann sie mal ausprobieren, die, die Kanone. Zack. Okay, diese Klinge sieht natürlich schon cool aus, diese Wolverine-Klinge. Dann hätte ich auch die Wolverine, es gibt ja auch eine Frisur mit Wolverine-Koteletten, die hätte ich eigentlich dann nehmen sollen. Passenderweise, aber leider ist mein Schlagring etwas besser. Oder was war acht Elektrizition? Naja, nee, der ist leider besser. Oh, die Kanone. Boah, was ist das denn? Das ist ja wirklich eine Kanone. Was macht die eigentlich hier, dass sie... Da müsste ich eigentlich passend dazu, dieses Schwert hier aufheben, was hier auf dem Boden liegt. Äh, dann wäre es, äh, dann wäre es, äh, gerecht. Äh, wieso kann ich... Komisch. Versuchst du zwischen, äh, erst und zweit Ausrüstung zu wechseln, oder was? Nee, das, nee, das ist komisch, dass der, der hat ja hier nur eine Waffenhand und eine Schildhand, aber irgendwie tut der, die Kanone, die ja zweihändig ist, auf die Schildhand. Okay. Versuchst du, ist, 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 naja, gut. Muss man, glaube ich, mit dem Dach, den drüber. Juuu. Oh, ja. Hast Skelette. Ah! Den verwundet. Ah! Ja, das ist alles einfach. Ich sehe zwar nicht, ich klicke jetzt einfach mal. Ich sehe nicht, ich, 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 auch einfach brauche. Gute alte Diablo-Manier. Ja, ich muss jetzt hier mal... ...Werf und Wechseln. Die Kanone ist dann doch zu langsam. Ich hoffe, er ist tot. Ja, ich glaube, das war's. Zumindest ist hier alles weg. Das Schlimme ist, die kam von hinten. So, die Kanone, die ist ja eigentlich ziemlich cool, aber die ist total langsam. Und ich habe vielleicht Ringstiefel, die könnten dir, die könnten dir mehr bringen, als mir. Die geben nämlich zusätzliche Gesundheit und zusätzliche Vitalität. Oh, ja. Sehr gut, dass ich meine Stiefel gerade den blöden Stein eingesetzt habe. Aber vielleicht kannst du die hergebrochen. Guck mal hier. Doch, Schultern. Kannst du ein Kopfteil gebrochen? Hier ist eine Kapuze. Eine Kapuze oder ein Kopfteil? Ja, also Kopfteilen. Kapuze, Kopfteil. Nein, nein. Ein Helm. Kapuze ist eine Schulter. Ne, das ist, guck doch hier, leicht, eine leichte Kapuze. Sieht aber aus wie eine Kapuze. Ne, 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 ne. Brauche ich nicht. Die Schuhe, na gut, die würde ich nehmen. Dann nimm sie. So, was haben wir denn hier? Stoffschultern. Die nehme ich natürlich. So, was hat sie mir noch gegeben? Schultern. Und da war da noch irgendwas. Ach hier, da. Ne. Ähm, die Stiefel. Stiefel hat's. Ja, stimmt. Die habe ich ja schon an. Ja, weil du deine ausgezogen hast. Genau. Ah, jetzt muss ich mal gucken. Stoffschultern. Und deine geben, äh, vier Schutz. Und meine haben aber einen Sockel und geben, äh, geben nur zwei Schutz. Und haben dafür plus eins auf Rüstung gegen Körperschaden und plus einen Bonus auf Stärke. Ich glaube, meine, die, das Ding ist doch, glaube ich, etwas besser. Behalte ich das erstmal an. Ja, ein Sockel alleine nutzt hier auch nichts. Mhm. So, jetzt habe ich hier, was habe ich denn jetzt hier? Grauenhafte Handschuhe. Geführende Goldmeng um zwei Prozent erhöht. Übermittelt fünf Prozent die Chance auf einfrieren. Fünf Sekunden. Die geben plus fünf auf Attribut Fokus. Ist das dann nicht eher was für dich? Fokus? Ja. Äh, was nochmal? Ich habe da jetzt nicht zugehört. Ich habe hier einen, äh, Handschuhe. Die hast du mir aber, glaube ich, sogar gegeben. Die geben plus vier Bonus auf Fokus. Ja, würde ich nehmen. Ich glaube, du hast du mir nämlich sogar auch gegeben. Aber ich gebe sie dir einfach mal zurück. Ach ja, genau. Die habe ich dir gegeben mit dem Schwert damals. Genau. Brauchst du aber Stufe 6 denn? Sollten wir doch gleich haben. Eine Stufe noch. Ja. Apropos Stufe. Genau. Wir können wieder Punkte verteilen hier. Kann ich jetzt hier was von tragen? Immer noch nicht. Das ist da echt nicht wahr. So, ähm, dann noch Skill-Punkte. Kling packt. So was. Oh, das können wir vielleicht mit dir zusammenholen. Probieren wir mal. Gut, dann wollen wir hier noch ein bisschen Action, würde ich sagen. Oh, was ist das? Krass. Das ist ein Kling packt, so, ne? Äh, ein... Äh, und zwar Angriff um 15% langsamer für drei Sekunden. Um 15% langsamer Bewegung für drei Sekunden und minus 8% Früstung gegen Körperschaden. Für drei Sekunden. Aha, also ein Debuff quasi, ja? Genau, ein Debuff. Äh, das... Steigt... Mit nächsten Rang steigt leider nicht die Zeit, sondern nur die, nur die, ähm... Die Wirkung. Der Wert sozusagen. Äh, die Zeit steigt dann erstmal bei Stufe... Bei Ebene 1. Also irgendwie, ich glaube, wenn du fünf Punkte hast, äh, drinnen, dann steigt es auf neun Sekunden. Was dann schon deutlich länger ist. Bisschen deutlich länger. Alles klar. Ja gut. Kannst also unsere Gegner schwächen, das ist schon mal gut. Genau. Ich glaube, hier hinten geht es weiter, oder? Ja. In den Feld. Bist du? Hab ich die... Hab ich die gerade die Brüstung runtergehauen? Das kann sein. Kann man hier eigentlich auch reinzoomen? Kann man, Tatsache. Gucken, wie ich denn aussehe hier. Beim irren Blick. Wie siehst du denn eigentlich aus? Aha. Du hast auch sehr starrende Augen, ne? Was natürlich schön ist, man kann den Helm nur mal abschalten. Ich hab mir da extra schön weiße Haare geholt. Um es dann auch zu sehen. Ich freu mich schon auf die ersten richtig dicken Waffen. Und was schwert mir jetzt sieht es so viel cool aus, ob wir das so abkriegen. Das sind so ein fetter Zweihänder oder so, fände ich gut. Oh, da kommen wieder irgendwelche krachende Geräusche von dir rüber. Hm. So, lebt hier noch was? Ja, da lebt noch ein Skelett. Hier auch. Ja, ich weiß nicht, die Kanäle ist irgendwie uncool. Und hier geht's wahrscheinlich eine Etage tiefer, wa? Äh, ja, kann sein. Waffenständer haben wir hier auch noch. Ah ja. Oh, schick. Uiuiui. Hier eine Menge Kram gefunden. Ui, ich muss mal hier kurz gucken, was ich hier alles hab wieder. Oh, bitte die Verses. Und Schild. Komm mal her. Ja, Schilder hab ich auch gefunden. Erstmal wieder hier gucken. Ähm. Was hab ich denn hier für den Handschuh? Ist das ein Körperschaden? Das ist, äh. Appizialität und Lebensfunktion viel besser. Guck mal, vielleicht kannst du das gebrauchen. Den hab ich schon. Genau das gleiche Ding hab ich schon. Die Hose will ich allein schon nicht anziehen, weil sie blöd aussieht. Aber vielleicht, äh, passt sie dir. Ja, die ist gut. Dann hab ich hier noch diese Pistole. Weiß nicht, na ne, den hab ich dir eben bessere gegeben. Stiefel. Na doch, die nehm ich mal. Bitte was? Die nehm ich mal, die, die Pistole. Ja, ja klar. Gut. Boah, ich müsste mal verkaufen. Ich hab so viel Kram dabei, mein Inventar ist gleich voll. Na, da gibt's so einen einfachen Trick. Portal, ne? Ne, besser. Warte mal jetzt. Nicht grad. Bin ich aber gespannt. Ähm, und zwar, ich witz jetzt gar nicht, wie das, ah ja, mit P geht das Padmenü auf. Ähm, also du kannst, äh, P drücken und kannst dann deine, deine, äh, die Gegenstände ins Inventar ziehen. Es geht aber auch einfacher, dass du einfach Shift, äh, also Shift hältst und dann, äh, normal klickst. Ja, ja, wie beim Verkaufen halt, ne? Genau. Und dann wird es sozusagen automatisch alles, äh, dem Pad gegeben. Aha. Das heißt, ich kann das Pad also auch einmal voll laden, ja? Genau, ja. Nicht bloß das. Lad erst mal voll. Hab ich schon. Aufspielung schnell. Das ist super cool. So, hier, weg damit, das Ding. Äh. Weg damit. So, wenn du es voll geladen hast, ähm, dann gibt's... Dort unterhalb des Pad-Symbols so ein kleines, äh, so ein kleines grünen Kreis mit einem, mit einem Haus drauf. Ja. Und wenn du das drückst... Ah, verkauft alle eure Gegenstände. Genau, dann ist er eine Weile, dann ist er eine Weile nie da und dann kommt er wieder zurück. Okay, okay, okay. Und je tiefer, je tiefer du bist, je tiefer du bist, desto, ähm, desto länger dauert das, glaube ich. Okay, okay. Warte, dann darf ich nicht mehr, ich hab ihm jetzt alles gegeben, dann muss ich jetzt mal gucken, was ich davon noch brauche. Ah ja, der verkauft dann alles, was er hat, ganz genau. Ja, ja. Ja, die Sachen, die ich hier alle gefunden habe, die sind alle schlechter als die Sachen, die ich jetzt hab. Na gut, dann soll er ein Schild, ja, nee, ich kämpfe ja momentan mit zwei Waffen. Äh, ja, dann soll er das erstmal alles verticken hier. Hier haben wir noch was, was noch identifiziert werden kann, das behalte ich mal. Da kannst du einfach, glaube ich, rechnen, mal auf die Taste draufdrücken, da müsste, glaube ich, stehen, dass du irgendwie Rollen hast. Ha, Tatsache. 70 Schaden plus 17 Körperschaden, das ist doch schon mal nicht schlecht. 70, 76. Oh, ich hab hier ein Luck Potion 3. Glück beim Magie finden für 10 Minuten um 200% erhöht. Deshalb 40. Mhm. Gut, dann. Genau, sind wir mittlerweile... 40 Sekunden braucht er. Was? 40 Sekunden, 40 Sekunden braucht er. Mhm. Nur 40 Minuten. Ähm. Und eine Errogenschaft hat's auch noch gegeben. So, mittlerweile sind auch 15 Minuten wieder vorbei. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir da runtergehen... Genau. Warten wir, ob es der Paddler da ist. Gönnen wir uns nochmal eine Auszeit. Ja, in der Zeit gönnen wir uns mal kurz eine Auszeit und wir sehen uns dann in der Kürze wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.